Der Blitz, ne? Da muss ich auch, da muss ich wirklich auf die Beine konzentrieren erst dann. Und dann auf den Rest. Heißt, man macht ja schon fast so... ...automatisch. Holt sich vielleicht mit dem Stab nochmal gleich so eine Heilung hier. Ja, muss ein Angriff. Aber wir müssen unbedingt heilen. Süß. Herr Teufels, Adeles Fall, Meeres... Okay, ne Knolle. Machen wir kurz mein Heil. Angelo macht die Heilung, okay. Unser Kessel hat geklingelt. Ich würde einmal so ein... Ah, kann ich hier nicht benutzen, okay. Ah, ein Kampf kommt vorher noch. Da ist das. Da ist die Truhe. Karte der dunklen, okay. Okay, okay. Ah, Knochenbarone. Da sind sie doch auch, meine Freunde. Dann kümmern wir uns erstmal um einen, da würde ich gleich sagen. Beschleunigung. Wir versuchen wir mal. Das kann man ja immer versuchen, dass man Sense, Schwupp und so was, dass man so im Kopf reinkriegt, welche, die sie ausfindig lernen. Okay, die sind bald nicht betroffen. Merkurstoß und Windsichel und eine Megaschwächung und... Ja, Schwupp wird da auch nicht viel helfen. Äh, tot sind sie eigentlich eh. Dankeschön. Ah, die kann ich nicht anwenden, das heißt, ich muss normale ein Dis nehmen. Mal eine Mittelheilung noch. Nee, da reicht eine kleine. Hier. Da reicht eine kleine. Dö, dö. Okay, next round. Ah, Blutmummien. Greifen plötzlich an. Nein, Schweine. Nicht verflucht. Kreisweger. Kreisweger war null, ne? Ja. Fangen wir gleich mit den Dingern an. Schwächen die Jungs erst mal. Wir stärken uns. Machen wir noch eine Beschleunigung rein. Also, gleich sechs Punkte Unterschied. Nicht, 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 nicht. Verdammter Mist. Sechs Punkte runter. Das gleiche Prinzip können wir eigentlich nochmal machen, aber so. Machen wir das. Kann sich nicht bewegen, ja. Statut 23 ist auf jeden Fall gut. Mal gucken, was wir gleich machen, wenn sie mich nochmal angreifen. Wenn sie mich angreifen können. Ja. Nein. Aber das nochmal machen wir jetzt. Den letzten machen wir eine Beschleunigung rein. Ähm. Wir haben... Wir haben... Wir haben... Die effizienzfeindliche Angriffe und Angriffsauber uns hängt. Okay, was ist Boeing? Okay, machen wir das. Aber eine Mega-Aerstärkung fix noch. Die bauen wir noch nicht mal. Naja, halt hinterher. Kann immer nicht schaden. So, was war Jessica? Das hier so anfällig ist für alles. Bist du hässlich? Da ist eine Tür. Oh, ranken, 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 ranken. Hallo, kleines Feuerchen. Guck, guck. Ach, du hast es nicht hoch, runter, hoch, runter. Okay. Ne, das können wir ruhig runter machen. Okay. Ah, da, 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 da. Ne, anscheinend nichts. Ach, hier kommen noch Monster. Das kann ja nicht sein, ja. Na, drei von den Kauzköpfen. Kreisweger, fangen wir mal hinten an. Machen wir das. Eine Mega-Stärkung. Wow. Na, das ist schon ganz gut, dass es die Nullpunkte kostet. Dann musst du dann mehrmals haust du am besten immer auf den, der nicht nervig ist. Ähm. Oh, eine Beschleunigung. Ne, eine Mega-Stärkung. Oh, eine Schwächung. Und Angelo macht einen Zauber mit mit Heilung. Ja, machen wir mit Heilung. Reicht willkommen. So, du, du, du. Ich find das Skull ganz geil. Ach ja, abprallen. Das ist natürlich dann nicht geil. Ja, gut, machen wir das so. Mal knack bei den Jungs. Man soll das eigentlich auch fertig sein. Knack, knack. Tschüss. Nehmen wir noch nicht. Auch jetzt. Ah, super. Nichts, nichts fallen. Kurz heilen alle. Ja. Ein bisschen hast du ja noch. Auch nicht. Das heißt, hier rumgehen, oder was? Da ist was. Zerschotztur, die ich auf jeden Fall haben möchte, wenn. Komme ich über die beiden Bögen. So, die geht hoch. Ach so, einer. Merkur. Da können wir eigentlich... Ey, dieser Nadelschuss, dass der nicht ganz genau funktioniert. Ob der, ob ich da ein hunderter... 100 Konzentrationen brauche, oder so. Ah, der ist so schnell kaputt. Ist das eigentlich unrelevant? Mit zu rechnen. Ist auf die Uhr ein halbes Stündchen. Oh, das soll vielleicht dieses Labyrinth auf jeden Fall durchschaffen. Da wollte ich hin. Zu den beiden Truhen. Jetzt haben wir... Drachenschuppen. Und... Eine Mini-Medaille. Ja, super. Immerhin etwas. Jetzt können wir den ganzen Weg zurückglatschen, um wieder die beiden darunter zu machen. Tafelsaaten. Da würde ich gar kein Heel hier raus machen. Knack. Und... Saus. Okay. Wollt ihr mich veräppeln? Komm, haut ab. Okay, dem bringt das nix. Na, das noch? Okay, einer ist schon mal down. Das heißt, vielleicht damit... Äh, damit... Damit... die Ehrenpett ist es egal. Ja, locker. So, ober. Auch nix in den Turun. Schade. Hätte hier was sein können. Na, ich... Muss ich jetzt hier lang? Ja. Dahinter könnte auch noch was sein. Das können wir gleich öffnen. So. Wohl, nö. Da geht's auf jeden Fall nicht weiter. Muss es irgendwo... Uah. Munzer. Komm, ich hol einmal mal das Team. Und der Donner-Typ, der ist mir noch nicht ganz geheuer. Muss irgendwas noch an der Rüstung fallen, auf jeden Fall. Energie schub, super. Können es eigentlich alle auf den Phantom-Jäger gehen, und wenn sie alle... ...drei gleichzeitig... ...das schaffen. Bam. Zauberer, und der letzte noch. Einmal noch. Nice, super. Das Monster-Team ist gar nicht mal so schlecht. Und jetzt kann's mir auch資格 anschauen. Wirantom quello suitcase Punkt. ...bei mir da sieht... ...ым etwas schnell an der pisser pred Iulse. Medalste Banuja Belgriakligü taki... ... schon mal möchte ich nicht... ...mömediate. Untertitelung des ZDF, 2020